Können wir winken, Alex? Okay, einmal winken. Gehen, einfach schön winken. Soll ich noch ein bisschen näher? Wir befinden uns hier, direkt am Mastefest von Hannover 2011. Und alle winken. Der Kaiser ist wieder unterwegs und sein Gefolge begleitet ihn. www.kaiser-von-hannover.de Und machst du noch ein paar Fotos? So, habe die Ehre. Ich wünsche euch was. Dankeschön. Ich mache euch berühmt bei YouTube. Ist in Ordnung, ne? Ganz toll. Ja, das war der Kaiser von Hannover. Kurzauftritt hier beim Mastefest 2011. Es gibt noch viel zu feiern hier. Wir haben noch ein paar Kronen da. Wer so noch welche haben möchte, einfach vorbeikommen. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich schon wieder hier. Und Samstag auf jeden Fall. Hallo. 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 Ich habe auch noch ein paar Kronen. Ich habe sogar einen Lief-Effekt. Moment. Moment. Es geht gleich los. Ja, super. Also, viel Spaß noch hier auf dem Mastefest mit meinem Untertan, sozusagen. Der Kaiser von Hannover. An der Kamera, wie immer, Alexander Große Strangmann. Gibt es auch hier unten wahrscheinlich wieder als Videoleiste. www.großestrangmann.com Und wer mich sehen möchte, kaiser-von-hannover.de Tschüss. Okay, wir haben jetzt eine kleine Spanne. Okay, Action. Hallo! 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 Wir sind hier am Maschsee-Fest von Hannover, der Kaiser von Hannover. Und er hat hier eine Kaiserin oder einen Kaiser gefunden, das weiß man nicht so genau. Wer bist du? Ich bin die Kaiserin! Sissi! Sissi! Hier! Gucke hier! Gucke! Kaiserin Sissi von Hannover hier wird bald heiraten und ich freue mich, dass sie hier ist. Toll, dass du dabei bist! Ja, danke! Ich habe keinen Freund! Dankeschön! Wir machen dich berühmt! Markus, wir machen dich berühmt! Dankeschön! Dankeschön! Ja, wir sind hier, wie ihr schon gewusst habt, auf dem Maschsee-Fest in Hannover. Es ist das erste Wochenende und Hannover hat natürlich wieder Glück. Es regnet nicht und über eine Million Besucher waren letztes Jahr auf dem Maschsee-Fest hier. Heute ist der Kaiser von Hannover da und das Schöne ist, das Gefolge ist auch da. Und es sieht toll aus. Überall sind die Hannover-Kronen in Hannover schon zu sehen. Und ich würde sagen, kommt einfach nochmal her. Das Maschsee-Fest geht ja drei Wochen. Und wenn ihr Zeit habt, Langeweile habt, dann kommt einfach noch her. Genießt es hier! Es gibt ganz viel zu essen. Links, also von euch aus gesehen rechts, ganz viel zu essen. Das ist sozusagen die Schlemmermeile hier. Und wir gehen jetzt Richtung Südufer. Am Südufer, Richtung Südufer ist die Löwenbastion. Und in der Löwenbastion treten ganz viele namhafte Künstler aus Hannover, aber auch aus der Region auf. Und ganz große Klasse. Bis bald, euer Kaiser von Hannover. Hier, die ist aufzutreiben. Nicht nur der 50. Geburtstag. Der war schon, der war schon. Dürfen wir euch berühmt machen und euch ins Internet stehen? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Nein. Ja, solange man nicht nackt sitzt. Also war das jetzt ein Ja oder ein Nein? Ja, nein. Ein Ja von der Braut. Aber nur von mir. Die Braut darf ins Internet, wie heißt du denn? Yvonne. Yvonne und du heiratest? Ja. Am 12.8. Am 12.8. Wir machen keine Fleischwerbung hier. Mein Kumpel ist Jack. Yvonne heiratet am 12.8. Und ist jetzt offizielle Kaiserin in Spee, vom Maschsee, rechte Seite, Punkt, 5 vor 12. Und kriegt diese wunderschöne Postkarte von Alexander Große Strangemann. Hammer! Das ist dieser Fotograf. Das ist ein Topfotograf aus Hannover. Falls ihr noch einen Fotografen braucht. Super! Danke! 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 Bitte! 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 Es geht doch! Danke schön! Achso, ihr kriegt noch. Was kriegen wir jetzt noch? Du kriegst noch eine Visitenkarte, du nicht. Du kriegst noch eine, wenn du auch eine Kaiserkrone noch kaufen möchtest. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Paul Pümpel sagt Tschüss! Bis bald! So, und nur noch eine Krone. Das ist total klasse. Es macht Spaß. Eine Krone, nur noch die letzte. Mal gucken, ob wir die auch noch loswerden. Action! Alle Kronen, die ich heute mitgebracht habe für das heutige Maschseefest, habe ich verkauft. Alle weg. Schade, schade, jammer, jammer, schade. Morgen bin ich wieder hier. Vielleicht werde ich ja wieder ein paar los. Freue mich schon drauf. Also es sind nicht mehr viele da. Wer eine haben will, sofort zugreifen. Wenn weg, dann weg. Oder einfach bei kaiservonhannover.de bestellen. Ja, das ist so. Manchmal will man eine Krone haben und wartet drauf. Und es gibt Leute, die warten ziemlich lange auf ihre Krone. Und wer schneller eine Krone haben will, der muss mir eine E-Mail schreiben. Und wo, das wird hier unten eingeblendet. Also wartet nicht zu lange. Die Kronen gibt's bei mir. Euer Kaiser von Hannover. Hallo. Ich wollte auch eine Krone. Das hat ziemlich lange gedauert. Aber jetzt, jetzt ist er endlich da. Schneller geht's natürlich, wenn ihr direkt im Internet bestellt. Ihr wisst ja wo. Danke. Tschüss.